Eigentlich bräuchte das Leben einen Warnhinweis zu Risiken und Nebenwirkungen. Denn, so sehr wir uns auch bemühen, die Dinge richtig zu machen, gehen sie leider oft auch in die Hose. Und vor allem dann, wenn wir das Falsche richtig machen. Klingt verwirrend? Wieso und warum sollte man Falsches richtig machen? Fragen wir doch einfach unseren heutigen Gast. Denn bei ihm können wir wahrlich Gedanken tanken. Warum Ziele Quatsch sind und wie wir sie dennoch erreichen. Heute im Gespräch mit dem Erfolgsautor, Coach, Unternehmer und super geiler Typ Dr. Stefan Friedrich. Herzlich willkommen hier bei Welt im Wandel TV. Ich freue mich. Liebe Peggy, das war sehr, 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 sehr schön anmoderiert. Und vor allem hast du die einleitenden Worte aus dem Vorwort hier so schön auswendig rezitiert. Ich fühle mich geschmeichelt geehrt und ich bin jetzt schon ganz geflasht. Dankeschön. Nur für dich. Ich habe es gelesen und es war sofort drin, weil es einleuchtend war. Geil. Sehr schön. Sehr schön. Du hast gelesen, hast du, du hast vorhin auch gesagt, du hättest es auch irgendwie verarbeitet oder hättest in drei Tagen ganz viel damit gearbeitet. Wie war das? Ähm, bist du der Moderator oder? Entschuldigung, ich mache keine Rolle. Nee, aber weißt du, was cool ist? Ich beantworte die Frage, weil das ist dein neues Buch. Stefan, erst mal schön, dass du da bist. Ich habe das durchgelesen in drei Tagen und habe alle Übungen gemacht, weil ich wissen wollte, wo sie hinführen, wo sie mich hinbringen. Und es war eine sehr aufregende Erfahrung. Deswegen meine erste Frage an dich, weil ich würde später auf mein Ergebnis kommen. Ja, und vielleicht kommt ja jetzt noch ein anderes Thema hinzu, wo ich sage, ah, das hat mir noch gefehlt. Wenn Gedanken Medikamente sind, so beschreibst du es ja. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass es so ist? Also zunächst mal der Gedanke, warum Gedanken Medikamente sind. Also ich glaube, dass wir sowieso all das, was wir denken, irgendwie in Handlungen übersetzen. Also achte auf deine Gedanken, die werden zu Worten und Zutaten und dann irgendwann mal zu Handlungen und Gewohnheiten und dann Schicksal und so weiter und so fort. Und der Gedanke kam mir eigentlich damals schon in einer Zeit, wo ich noch als Arzt in der Psychiatrie gearbeitet habe. Also Psychiatrie, Psychotherapie. So, wenn Menschen kommen und ein Problem haben, dann grübeln die über irgendwas rum. Und dann kann man manchmal so einen kleinen Rahmen verändern und einen Knoten lösen und plötzlich ist das Problem weg. Und ich finde das total spannend, weil das ist das, was ich seit 20 Jahren hauptberuflich mache. Also als Coach, als Lehrer, als Trainer sozusagen in Gedanken reinzugehen und die so zu sortieren, dass es irgendwie klappt hinterher. Knoten lösen, ein paar Anleitungen geben und daher kommt dieser Gedanke, weil ich habe schon so viel Komisches erlebt. Da haben Menschen Depressionen und du führst ein intensives Gespräch und nach einer kurzen Zeit ist die Depression weg. Oder sie rauchen seit Jahrzehnten, schleimen, rotzen, husten, leiden und du machst ein Seminar mit ihnen. Und danach sagen, ja, verstanden und kein Schmacht, gar nichts. Oder du hast einen Liebeskummer. Und dann gibst du so ein paar Rahmen und so ein paar Orientierungen und plötzlich denkst du, ja krass, bumm, Gefühl weg. Oder anders. Also geht es häufig ums Verändern von einem inneren Status durch eine innere Klarheit. Und das ist das Hobby und das ist der Sinn des Buches. Okay, das Buch heißt, warum Ziele Quatsch sind. Und dann steigen wir doch da mal ein. Du als Erfolgscoach, als Psychotherapeut, als Gründer von Gedankentanken. Greater heute. Heute, genau. Und viele kennen dich und ich glaube, die schätzen dich auch dafür, dass du so multitaskingfähig bist, dass du so offen bist und die Dinge zusammenbringst, zusammenführst. Jetzt hast du das in diesem Buch, was Ziele angeht, so richtig nochmal aufgebröselt. Und eigentlich, wenn ich den Titel lese, ist es so, geil. Ziele sind nämlich für mich zum Beispiel mega anstrengend. War das für dich auch so? Hast du irgendwann gemerkt, dass Ziele Schwachsinn sind für dich selbst? Ist total ambivalent. Weil auf der einen Seite bin ich ein sehr zielstrebiger Typ. Wenn ich was will, dann will ich es und dann geht es so geradeaus. Aber wenn du Dinge zu sehr willst und du ein bisschen so die Übersicht im Gelände verlierst, verrenzt du dich halt häufig und verlierst auch dann dadurch oft Energie. Ja, also wir haben den Plan und die Tabelle und das Meeting und das und das, während dein innerer Impuls ganz häufig sagt, Moment, aber eigentlich fühle ich mich gerade eher so, dass ich das machen sollte anstatt dieses. Und also ich habe mir mein Leben mehr oder minder darum aufbauen müssen, weil es irgendwie anders nicht mehr energetisch ging. Ich muss so viel Freiheit wie möglich haben und dann aber auch immer den jeweiligen Impulsen folgen, so gut es geht. Und dann bin ich unterm Strich sehr, sehr produktiv. Also das war mein Grundgedanke oder das, was ich dabei mache. Aber wie bin ich auf das Thema gekommen? Ein paar Jahre zurück, kleine Geschichte. Ich war in einem Seminar, habe ein Motivationsseminar gehalten für Ärzte und 19 Teilnehmer, super happy, alles prima. Einer war dabei, der lehnte sich die ganze Zeit zurück, fand das blöd, fing an, Handy rumzutippen, Laptop aufzumachen, rumzutippen. Und dann ist er ans Telefon gegangen. Und dann dachte ich, das ist jetzt doch störend. Und dann frage ich ihn, Entschuldigung, was machen Sie denn hier eigentlich? Warum sind Sie hier bei uns im Seminar? Sie können doch jederzeit gehen. Sagt er, ja, Oberarzt, Fortbildungspunkte, er braucht das jetzt hier, das Seminar. Sag ich, aber Sie wollen es doch nicht. Sie wollen doch offensichtlich gehen. Sagt er, ja, er hat so einen stressigen Job in der Uni, das geht ja nicht anders. Also er muss ja jetzt hier bleiben. Sag ich, wenn der Job in der Uni so stressig ist, warum sind Sie denn an der Uni und wozu? Sagt er, ja klar, also er will Professor werden. Sag ich, Sie sind jetzt Mitte 40, das ist schon ein bisschen spät für einen Professor. Und dann fing der an zu motzen, Uni und Scheiße und hier und schlimm. Und sag ich, okay, was müssten Sie denn tun, um Professor zu werden? Sagt der Forscher, Studenten, Kongresse, Papers und so weiter. Was tun Sie den ganzen Tag? Patienten, Operationen? Und dann dieser erste Gedanke. Okay, also da ist dein Ziel, du willst Professor werden. Und da drüben ist das, was du täglich machst. Du bist Mitte 40, das wird nicht zusammenkommen. Klappt nicht. Na und es ist überhaupt spannend, was der Professor machen muss. Willst du das überhaupt machen? Genau. Oder willst du nur Professor-Titel sein? Offensichtlich, und jetzt pass auf, und jetzt frage ich ihn, ja, was ist denn dein Ziel? Warum willst du denn Professor werden? Oder was ist der Sinn dahinter? Und er sagt, der fing der an zu sagen, damit er endlich aus der scheiß Uni raus kann. Er kann die Studenten nicht mehr sehen. Er will sich endlich selbstständig machen mit dem Titel. Teurer abrechnen, privat abrechnen, damit er endlich weniger arbeiten muss. Und ich dachte mir, mein Gott, was für eine arme Situation. Der war also, das muss man sich geben, der lebte seit vielen Jahren in dem Irrglauben, etwas tun zu müssen, um etwas zu bekommen und durchhalten zu müssen. Und irgendwann mal ist er so weit, dass er leben kann. Und der ganze Raum schwiegt betroffen, guckt dir das an und sagt, merkst du nicht, das ist ein Konstruktionsfehler. Und damals, jetzt zehn Jahre her, merkte ich das erste Mal, wie toxisch eigentlich Ziele sein können. Also wie viele Menschen sich ein völlig falsches Lebenssetting aufbauen. Ich brauche mein Auto, mein Luxushaus, ich brauche den Job, ich brauche die Beförderung, ich brauche dies, ich brauche jenes. Und kommen dann in so Hamsterräder rein, in denen sie eigentlich nur funktionieren. Also das Leben ist durchgeplant. Wir müssen genau wissen, wie ist der Herbst, der Sommer, wann ist welcher Termin. Und wir sind ja auch so sozialisiert. Also in der Schule schon Stunde eins, Stunde zwei, Stunde drei, der Lehrer, der Lehrer, der Lehrer. Und dadurch werden wir ganz häufig zu so Robotern, die ihre innere Ausrichtung nicht mehr wahrnehmen. Und wenn es dann mal wild hergeht im Leben, dann haben Menschen plötzlich keinen inneren Kompass. Sondern die sagen, ja, ich muss Professor werden, ich muss das machen, ich muss das. Und damit sind wir eigentlich ständig im Außen unterwegs. Während wenn du dir jetzt glückliche, erfolgreiche, gechillte, authentische Menschen anguckst, die wirklich ihr Ding machen, dann sind die von sich aus motiviert. Also die wissen hier innen drin, was sie wollen, das ist für die sinnvoll. Und gehen in aller Ruhe ihren Weg. Und wenn du von draußen fragst, wie machst du das eigentlich? Dann sagen die, keine Ahnung, ich habe halt Ziele. Und dann sagen die, ah, er hat Ziele, da muss ich auch Ziele haben. Aber Peggys Ziele sind anders als die von Oliver oder von Stefan. Also wenn ich mich an anderen Leuten orientiere mit diesen Zielen, geht es nicht. Und jetzt kommen wir zu so ganz bizarren Sachen. Also wie erreicht man Ziel, wissen wir alle. Also Ziel definieren, Weg planen, fokussieren, arbeiten, durchhalten, 5 Kilo abnehmen. So, jeder weiß, wie es geht. Weniger fressen, weniger saufen, ein bisschen mehr Grünzeug, ein bisschen Bewegung. Bis dann und dann. So, bis dann und dann muss ich meinen Bikinikörper haben oder sowas. So, und jetzt geht was ganz Verrücktes los. Du versuchst, dich zu verändern, um das Ziel zu erreichen. Also keine Pizza, Pizza ruft, iss mich, sagst, nee. Kuchen sagt, iss mich und nein. Nein, so, kein Alkohol, ein Glas Wein wäre fein. Aber irgendwie, wir halten durch. Minus ein Kilo, minus zwei, minus drei. Kindern würden wir manchmal ja Eis klauen. So, äh, 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 so. Und jetzt muss man auch, minus vier, minus fünf. Wir haben es geschafft. Wir sind ja erfolgreich. So, was passiert, sobald du minus fünf Kilo geschafft hast? Die Pizza ruft immer noch, iss mich. Aber weil wir es geschafft haben, sagen wir, okay, alles klar. Einmal ist keinmal, ne? Aber nicht dauerhaft. Aber aus einmal wird mehrmals. Und aus minus fünf werden plus fünf oder plus sechs, Jojo-Effekt. So, das heißt, wir haben unser Ziel verfehlt. Weil es eigentlich, lass mich den Gedanken, weil eigentlich ging es um was anderes. Wir müssen uns eigentlich die Frage stellen, was für ein Mensch wollen wir werden? Idealerweise einer, der es nicht mag, wenn der Gürtel spannt oder der aufhört zu essen, wenn er satt ist, ja? Und der sich trotzdem mal was gönnen kann und jemand, der sich bewegt, ohne dafür eine Fitness-App zu brauchen, weil er merkt, dass Sport gut tut. So, wenn wir zu so einem Menschen werden, dann stimmt das Gewicht aber von selbst. So, jetzt warum, also Weg ist das Ziel, ne? Warum werden wir nicht zu so einem Menschen? Oder warum essen wir trotzdem? So, jetzt pass auf. Essen erfüllt ja auch andere Funktionen. Das schmeckt ja. Oder das tröstet. Oder das lenkt ab. Aber warum musst du getröstet werden? Wovon abgelenkt werden, ja? Oder was steckt denn hinter dem Wunsch, dass du fünf Kilo abnimmst? Und jetzt wird es interessant. Viele sagen zum Beispiel, ja, ich möchte schlank sein. Warum wirst du schlank sein? Ja, ich will attraktiv sein. Fühlst du dich nicht attraktiv? Du bist doch schlank, du siehst doch super aus. Ja, so, und jetzt sind wir beim Selbstwertthema. Oder wir sind beim Thema, ich fühle mich einsam, bin verlassen worden. Oder ich kann durch das Essen irgendwas kontrollieren. Ich kenne Menschen, die müssen immer alles kontrollieren. Die wiegen ab, die zählen Kalorien. Ja, was, wenn nicht? So. So, und jetzt sind wir bei Bedürfnissen dahinter. Und in dem Moment ist das Ziel nur noch im Weg. Das Ziel ist nur noch eine Krücke für irgendwas anderes. Und so geht es bei ganz vielen Bereichen im Leben. Menschen versuchen mit Zielen etwas zu instrumentalisieren, was ihnen im Innen fehlt. Und die glauben, dass sie das durch diese Zieldefinitionen da draußen erreichen. Umsatzzahlen, Einkommen, Bodymaßindex, Schulnoten, Gehaltsstufen oder sowas. Aber wenn du fragst, warum machst du den ganzen Scheiß? Warum rennst du von morgens bis abends? Dann wissen viele gar nicht, warum. Und dann kommt eine Krise, ein Corona, ein Krieg, ein was weiß ich. Und die Leute, mein ganzes System bricht zusammen. Während sie einfach nur implodieren und glauben immer beim nächsten Ziel, was erreicht zu haben. Aber dabei geht es nie ums Ziel. Es geht um diese Reise unterwegs, die du gehst. Und deswegen ein Modell, drei Kompassnadeln. Das eine ist ein Sinn, das andere ist ein Weg. Und das andere ist das Ziel. Und wenn diese drei Kompassnadeln übereinander stehen, dann ist alles gut. Wenn die aber in verschiedene Richtungen gehen, dann wird es blöd. Weil du dann ständig, also willst Professor werden, machst aber nichts dafür. Und eigentlich willst du gar nicht Professor werden, sondern weniger arbeiten. Dann wird es kompliziert. Sorry, ich habe schon wieder monologisiert. Du hast vorhin gesagt, ich soll dir das Interview führen. Die Frage hat sich schon erübrigt. Die hast du mir schon gegeben. Aber mir kommt gerade eine neue. Ich weiß nicht, ob das okay ist, wenn ich nochmal kurz zurückspule zum Verständnis für meins. Also das heißt, Menschen, die sich Ziele setzen, sind nicht nur in der positiven Ausrichtung, wo sie hinwollen, sondern eigentlich setzen sie sich Ziele, weil sie Schmerzvermeidungsprogramme fahren. Also ich will das nicht haben, also muss es was anderes her. Und das ist dann mein Ziel. Aber in Wirklichkeit ist es, was sie nicht mehr wollen, als Grundlage. Und das geht schief. Also wenn, genau, wenn es ein Schmerzvermeidungsprogramm ist, wenn es eine innere Flucht ist, wenn es irgendeine Art Krücke ist, dann geht es schief. Oder ein Alibi. Oder ein Alibi. Dann wirst du es nie erreichen. Dann geht es nicht darum. Andererseits aber gibt es auch eine bisschen weniger pathologische Betrachtungsweise. Naja, du kennst dich halt noch nicht richtig. Und läufst halt in die falsche Richtung. Oder du hast dich noch nicht mit den Themen beschäftigt, wofür du quasi auf der Welt bist. Oder was ist deine Lebensaufgabe. Oder du tust irgendwas, was deiner Persönlichkeit widerspricht. Angenommen, bist du ein extrovertierter Typ und musst irgendwo still am Schreibtisch in der Buchhaltung arbeiten, weil man das halt so macht. Weil dann gehst du jeden Tag in die Arbeit und findest es scheiße. Oder andersrum. Du bist ein introvertierter, vielleicht sensibler Mensch und sagst, okay, ich will Karriere machen. Jetzt habe ich aber eine Führungsaufgabe. Und jetzt muss ich auf einmal Ansagen machen oder auch mal harte Entscheidungen fällen. Und das tut mir weh. Also kriege ich einen Burnout, weil meine Energien irgendwo fehlen. Und dann sage ich, okay, mein nächstes Ziel ist, ich muss es bis zum nächsten Urlaub schaffen. Und das funktioniert nicht. Also in dem Falle wieder, so, lerne dich kennen. Welche Persönlichkeit hast du? Welche Energiespender? Was tut dir gut? Was tut dir nicht gut? Gibt es irgendwelche inneren Knoten, Wunden, Süchte, wovor du wegläufst? Bist du überhaupt im richtigen Spielfeld? Spielst mit einem Ball und willst ein Tor schießen? Ist wichtig, ob du Handball spielst oder Fußball. Zwei völlig unterschiedliche Regeln, unterschiedliche Spiele. Also diese Fragen und mit denen beschäftigen wir uns viel zu wenig und vor allem zu wenig systematisch. Und dann kommen Menschen ganz häufig in Lebenskrisen. Falscher Partner, falsche Stadt, falscher Job. Und glauben, wieso, ich habe alles richtig gemacht. Und dann wird die zurück zu dem, was du, ja, du hast alles richtig gemacht, aber leider das Falsche. Das Falsche. Jetzt haben wir es. Da ist der Schlüssel. Du hast alles richtig gemacht, nur leider das Falsche. Und dann sitzt man mit 40 da und fängt an, mit Bewusstseinsthemen sich zu beschäftigen, Welt im Wandel zu gucken und zu sagen, warum bin ich hier? Du nanntest gerade die drei Kompassnadeln. Das ist im Grunde da, wo wir jetzt ansetzen, wenn wir nach einer Lösung suchen für unser Lebensthema. Also wofür sind wir gemacht? Das ist doch die Frage, oder? Wofür bin ich da? Genau. So wie ich bin. Genau. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, nicht wofür gemacht, sondern wofür sind wir gemeint? Also ich glaube, dass wir, dass wir durchaus alle für etwas gemeint sind. Ich glaube, es gibt sowas, wo, also wir sind jetzt hier in einem, nennen wir es mal spirituellen Umfeld, ja, wenn man sich diesem Gedanken mal auch spirituell nähert, dann könnte man sagen, okay, du bist eine, was weiß ich, die einen sagen, du bist halt ein bisschen Psychologie, die anderen sagen, du bist eine Seele oder ist ganz egal, wie du es betrachtest. Aber ist der Gedanke nicht schön, dass man sagt, okay, du bist ja für irgendwas gut? Also wofür ist deine Zusammensetzung von Persönlichkeiten, Seelenanteilen, wie immer du es nennen magst, wofür ist die genau so? Und würde sich das nicht lohnen, das herauszufinden? Weil wenn du das findest, dann hast du einen Sinn, dann kennst du deine Stärken, kannst was nutzen, empfindest dich als wirkungsvoll bei dem, was du tust. Das kennen wir ja auch, wenn Menschen was machen, wo sie gut drin sind. Boah, Energie und Laune und Stimmung und alles, super. Ja, und dann gehen sie wieder in ihren Job und sagen, scheiße, hier muss ich mich verbiegen. Also ist vielleicht der Job falsch, weil du irgendein anderes Programm im Kopf drauf gespielt bekommen hast, was dich von deinem eigenen inneren Programm entfernt. Weil dein Herz weiß ja eigentlich, ob du was willst, ob du was nicht willst oder ob du sagst Augen zu und durch, was muss, das muss. Und jetzt passe ich mich da halt an und ich bin innerlich am Kämpfen. Und dabei ist das falsch. Also ja, Ziele und so. Dabei ist das falsch. Erst wenn wir diese innere Ausrichtung so fein wie möglich justieren, und das können wir ja entlang des Weges, dann passiert was anderes. Wenn du dieser inneren Ausrichtung folgst, dann kann ja eigentlich jeder Tag, jeder Moment, jede Erfahrung was Bereicherndes sein. Weil du dich der Welt schenkst. Du schenkst der Welt das Wertvollste, was du hast. Und das bist du in genau der Zusammenstellung, die du halt hast. Und dann nutzt du dein Potenzial und du bringst dann auch Menschen Nutzen. Also ich glaube eh, dass wir alle auf der Welt sind, um irgendwie das Beste aus uns zu machen. Nicht für uns selbst, sondern irgendwie für uns alle. Also wenn man sich mal dieses Modell anschaut, warum sind Menschen unterschiedlich, ist doch super, dass die unterschiedlich sind. Jetzt lass uns mal miteinander spielen und dieses ganze Spiel für alle besser machen. Das geht aber nur, wenn jeder von sich aus das Beste gibt. Und wenn wir das, oder dass das Beste schenkt. Und wenn wir das mal als Modell sehen, dann kann das Leben ein einziger Flow sein. Ja, dann kann das Leben ein einziges Fest sein, ein einziges Glück. Und ich kenne halt Menschen, die so leben. Ich versuche auch immer, möglichst, wenn es irgendwie geht, mich an diesem Prinzip hin zu orientieren und merke, man kommt gut voran. Man hat Erfolge und so weiter. Aber das ist halt außerhalb dieser vielen Konventionen, die man eigentlich so machen muss. Also das ist ein sehr individuelles Lebenskonzept. Aber ich finde, das ist ein gutes. Du hast das Wort Konvention gerade verwendet. Konventionen, viel zu enge kognitive Strukturen. Also es gibt ja ganz viele, die auch gerne was ändern wollen und eigentlich auch irgendwie eine Vorstellung haben, wo ihre Stärken und Talente liegen. Aber sie sind, sie kommen nicht in die Pötte so. Also es klingt ja alles ganz gut, aber diese engen Strukturen lassen sie nicht sich bewegen und sie empfinden Ohnmacht und Langeweile. Also je enger die Strukturen sind und je festgefahrener. Wie fange ich denn überhaupt mit ganz kleinen Schritten an, um überhaupt erstmal hier Bewegungen reinzukriegen? Tagebuch schreiben oder joggen gehen? Also für mich zum Beispiel das Stichwort Tagebuch schreiben. Ich empfinde mich zum Beispiel als Regisseur des eigenen Lebens. Und ich habe vor über 20 Jahren in einer fetten Krise bemerkt, okay Stefan, es tut dir gut, wenn du mal guckst, was du so denkst und was du so tust jeden Tag. Also begann ich Tagebuch zu schreiben und merkte, okay Nanu, also wenn ich aufschreibe, was ich tue und dann zwei Wochen später, drei Wochen, vier Wochen, da hat sich das Leben ja weiterentwickelt. Und ich habe neue Leute kennengelernt, neue Gespräche, neue Gedanken und so. Und dann dachte ich mir, mein Gott, wie wäre es denn eigentlich, wenn du ganz bewusst beginnst aufzuschreiben, was du tust, was du erlebst, ohne die Dinge erstmal groß zu bewerten. Und jetzt ist da für mich zum Beispiel so eine Art Strategie draus geworden, die ich seit 20 Jahren zur Selbststeuerung mache. Ach, ich habe Wünsche, Ideen, Impulse und sowas, ich schreibe die in Tagebuch. Ich habe für jedes Jahr ein Textdokument, ja, Jahr 2022, so. Und dann geht das los, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, jeden Tag hinsetzen, mindestens einmal täglich, so und was hast du gemacht heute? Aufgestanden, gefrühstückt, das Telefonat mit dem, eine WhatsApp und so weiter. Also ich bin wie so eine Buchhaltung und dann merke ich beim Schreiben, okay, du läufst gerade in die falsche Richtung oder du hast gut oder das ist eine tolle Idee. Wenn ich eine Idee habe, also zum Beispiel, ich habe keine To-Do-Listen in dem eigentlichen Sinne, wenn ich was gut finde, schreibe ich es unter dieses Tagebuch, also letzte Zeile. Als Fußnote so. Sozusagen als Fußnote. Als Essenz. Also zum Beispiel Welt im Wandel TV, Idee, ich will hier mal rein. Idee und ein Tagebuch reinschreiben. So, jetzt muss ich, dieses steht Welt im Wandel, jetzt muss ich das irgendwo ins Leben übersetzen. Das heißt, ich muss was tun, damit das da auch wirklich im Text drin steht. Dass das nicht nur so eine blöde Idee ist, sondern okay, ich rufe Oliver an oder ich, weißt du, und erst wenn ich diese Idee in eine Handlung umsetze, dann wird was draus. Und jetzt wird was draus, jetzt sind wir hier real, also wir schaffen die Realität nicht, indem wir nur denken oder wünschen oder träumen oder im inneren Omm sind. Das ist zwar schön, um sich auszurichten, aber du musst als nächstes schon gucken, was tue ich denn jetzt draus. Und da scheitern leider sehr viele Menschen und ich finde das auch, ja, selber in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, es bringt nicht so viel zu wissen, wer du bist, wenn du nichts draus machst, wer du bist. Also wir müssen schon gucken, dass wir in die Pötte kommen und das können kleine Schritte sein, das können kleine Veränderungen sein. Wenn du sagst, Menschen sind festgefahren, naja, dann hör halt mal auf, festgefahren zu sein. Bestell mal eine andere Pizza beim Italiener, geh mal einen anderen Weg in die Arbeit, geh mal einen anderen Urlaubsort. Also wir können diese mentale Flexibilität schon trainieren. Unser Problem ist, das Gehirn ist so eine sich selbst verfestigende Denkmaschine. Also wir haben Routinen aufgebaut und die rufen wir immer wieder ab und dann haben wir eine Vorhersage für die Welt da draußen. Wir wissen, was passieren wird, weil wir machen es immer schon so. Und dann hört das Leben auf, spannend zu sein. Also das Blitzen in den Augen verschwindet. Wir werden jetzt lasch. Und das ist spätestens der Moment, wo man merken muss, okay, irgendwas schüttelt uns durch. Also entweder ist eine Krise von außen, die kommt meistens dann, wenn irgendwas doof läuft. Aber muss ja nicht sein, kann man ja auch von innen machen. Warum lassen wir uns dann so oft ablenken? In dem Moment, wo was klar ist und wir loslegen, kommen dann so diese inneren Richter, Skeptiker, dann die Nachbarin, die Mutter, wer auch immer dann so als Themenfeld reinkommt. Du buchst ja nicht die inneren Wächter. Das ist also, da gibt es so viele, die da sagen. Die inneren Wächter, das fand ich toll. Ja, aber warum erscheinen die genau da, wo es drauf ankommt? Weil genau an der Stelle meistens dahinter irgendein Schmerz liegt. Also wenn du, also okay, ich mache mich jetzt selbstständig. Oh Gott, aber du hast gesehen, bei deinem Vater ist das schiefgegangen. Und ihr habt jeden Pfennig, ich werde jetzt, ich gehe jetzt tindern. Oh scheiße, das letzte Mal ist so in dir, ne, ich bin halt Single. So, ich habe mal eine schöne Frau angesprochen, Korb gekriegt. Bist halt kein Frauentyp. Weißt du so, und das ist, und jetzt kommt da der innere, ja, flirten, tindern, Selbstständigkeit, Bullshit. Weil eigentlich hat das die Aufgabe, dich vor Schmerzen zu bewahren. Insofern ist diese innere Wächter eigentlich eine Art Anteil in sich, den man annehmen, wertschätzen sollte. Sagen, okay, alright, ich weiß, das kennen wir doch alle. Wenn wir, da wo ganz große Ängste sind, sind häufig auch ganz große Wünsche. Ja, das sind ganz, oh, ich würde, nein, oh Gott, wenn das schief geht. Aber manchmal muss man halt durch sowas durch. Und da darf man sagen, okay, alright, ich weiß, ich habe keine Scheißangst. Aber eigentlich fühlt es sich voll richtig an. Wir sollen Dinge ja nicht machen, weil sie klappen, weil wir wissen, dass sie klappen, sondern weil wir wissen, dass es die richtigen Dinge sind. Eine Garantie gibt es niemals. Also steht die Sinnfindung als erstes. Also der Weg, das Ziel, wie man immer so schön sagt, wenn ich den Sinn verstehe, sind das meine Werte, sind das meine inneren Dinge, die mir wichtig sind? Was ist denn Sinn überhaupt? Was ich versucht habe in diesem Buch wirklich systematisch zu machen, das ist auch der dickste Teil des Buches. Das ist erstens, das ist Teil zwei, finde dich selbst. Also erstens verstehe, dass du so eine Art Avatar in einer Matrix bist. Ja, das fand ich am allergeilsten, das Wort. Da habe ich mich gleich besser gefühlt. Der Avatar, also das, was du gerade um dich herum machst, dass du in irgendeiner Form erschaffen oder zumindest für dich kreiert, in dem du gesagt hast, ich komme jetzt ins Studio. Du hast gesagt, mit dem Stefan rede ich. Und du gehst jeden Tag ins Büro und hast die Nasen um dich herum. Die schaffst du selbst, weil du dich dazu entschieden hast, die zu schaffen. Kannst dir andere Nasen schaffen, geht. Zweiter Gedanke ist, was für eine Persönlichkeit bist du? Also ich gebe Ihnen ein relativ simples Modell, wo man sich aber ganz gut orientieren kann. Das ist mit den Farben, ein bisschen gelber Typ. Rot, grün, blau, gelb. Ich bin gelb. Das weiß ich. Nicht rot, gelb. Ich habe sofort geschnallt, was ich bin. Das fand ich echt mal toll, weil bei manchen Büchern, ich finde ja so Coaching-Bücher geil, weil wenn man sich da wirklich mal ransetzt und drin ist und daran arbeitet, nur bei vielen ist es so, das ist mir dann zu schwierig, zu komplex, dann gebe ich auf, weil mir das einfach zu kompliziert ist oft. Bei dir war sofort klar, was ich bin, weil du es schon voraus so beschrieben hast, dass ich mich wiedererkannt habe. Genau. Und dann weiß ich, Peggy zum Beispiel, wenn es ein gelber Typ ist, es ist ein Initiativ, macht eine neue Sache, kommuniziert gerne mit anderen, die muss immer beschäftigt sein, da muss Action sein. Also wenn die Peggy jetzt sagen, okay, du kriegst jetzt einen sicheren Job, du bist jetzt in einem großen Medienunternehmen angestellt und du hast am Tag 1, 2, 3, 4, 5 in der Woche so und so viele Interviewtermine mit Leuten, die dich interessieren, da gehst du emotional kaputt. Du wirst eingehen. Ja, aber ich will doch in die Medien. Nee, nee, mach das mal lieber hier, das passt besser. Also es ist schon versimplifiziert, diese Typen, aber da fängst du erst mal an, überhaupt bewusst hinzuschauen. Genau. Und dann wird dir was klar schon mal und dann ist es ja ein kleines, man muss ein kleines Workout machen, wie ein Training. Ich bin ein rot-gelber Typ, so. Hab ich schon. Ich will irgendwo, ich will irgendwo hin. So, jetzt stell dir vor, ich habe als Arzt gearbeitet. So, da hast du einen Chef und einen anderen Chef und hast große Meetings und hast Strukturen. So, ja, da werde ich wahnsinnig. Aber junge Menschen und ich glaube, viele haben dich geliebt als Arzt, oder? Ich weiß es nicht, weil ich habe sie da nicht mehr geliebt. Ich wollte kein Krankenhaus mehr sehen. Ich liebe immer noch Menschen, aber viele geht mir einfach total auf die Nerven. Weißt du, du bist jemand, der sagt, oh, Ablenkung, geil, super, als Gelber. Ich bin ein roter. Ich sage, Leute, geht mir nicht auf den Sack. Ich will doch da hin, geh aus dem Weg, ja, verstehst du? Da musst du erst mal verstehen über dich. Und dann sagt die Familie, du, sei nicht immer so ruppig. Wieso bin ich nicht ruppig? Ich bin nicht ruppig. Ich möchte da hinlaufen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich bin ruppig. Hallo. Ja, da verbiegst du dich und dann fühlst du dich scheiße. Ja, und es gibt auch Menschen, die natürlich dann denken, da habe ich jetzt auch einige wiedererkannt, dank dir, die dann sich selbstständig machen wollen, beim Arbeitsamt abmelden und jetzt wirklich springen. Und in dem Moment, wo sie es tun, total zusammenbrechen, weil sie eigentlich Verwalter sind vom Typ. Und Strukturen brauchen. Ich habe Leute kennengelernt. Wir haben ja auch Franchise-Nehmer und so. Ich habe in den letzten Jahren einige Unternehmen aufgebaut. Und du merkst, wenn Menschen, was weiß ich, 25 Jahre in solchen Strukturen arbeiten, es ist total wurscht, wie viel Budgetverantwortung, wie viele Mitarbeiter die führen und so was. Wenn es heißt, du, jetzt geh mal raus auf die Wiese, baue mal selber was auf, brechen viele zusammen. Was, wenn es nicht klappt? Oh mein Gott. Also ich habe Leute erlebt, die über Kredite, als Banker über Kredite von Gründern entscheiden. Und so, ja, Großkotz. Und dann einmal einen Kredit selber aufnehmen sollen und psychisch völlig kollabieren. Weil sie halt die Struktur der Bank brauchen, damit sie sich sicher fühlen. Während der selbstständige oder unternehmerische Typ sagt, Leute, Bank, gehe ich ein, gehe ich kaputt. Lass mich mal mein Ding machen, wird schon funktionieren. So, also jetzt nochmal zu dem Buch. Wenn du es nicht weißt, was du bist oder im falschen Spielfeld bist, weil du das falsche Ziel hast, wird es richtig übel. Ja? Und jetzt ein anderer Gedanke, das ist dann das nächste Kapitel, da geht es dann darum wirklich, was gibt dir Energie? Also, was macht dich glücklich? Wo fühlst du dich gut? Wo fühlst du dich nicht gut? Und auch das ist das. Das klingt manchmal so simpel. Es ist aber so. Spür doch in dich rein. Mache ich das? Spiele ich das? Geht es mir gut? Also sollte ich es machen? Ein Kind sagt nicht, ich spiele nur von 9 bis 17 Uhr drüber nach, es gibt ein Burn-out-Syndrom. Das Kind spielt, worauf es Bock hat. Spiel doch du auch, worauf du Lust hast. Eine Überlegung aus dem Buch zum Beispiel, da gehen wir nochmal genauer drauf ein. Angenommen, es gäbe lauter Klone von dir. Ach, das war das Allergeilste. Das war das Allergeilste. Wir haben zwei Bücher, wir haben sie geklont für euch, weil da hat es bei mir richtig geklingelt. Also es gab ein paar Aha-Effekte. Willst du es erzählen? Darf ich? Ja, bitte, bitte, bitte. Also, welche Dinge, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt 10 Klone, was würde ich delegieren an die Klone und was würde ich auf keinen Fall delegieren? Genau, 10 Klone von Peggy. Also das ist wichtig. Angenommen, es gäbe die Peggy 10 Mal im Schrank oder im Gartenhaus und die kann genau das Gleiche machen, was die Peggy macht. Zu einkaufen würde ich nicht mehr, Buchhaltung würde ich auch nicht mehr machen. Was? Würdest du einen Klon delegieren, was würdest du selber machen? Ich schreibe gern. So viele Leute sagen mir, bist du bescheuert, dauert zu viel Zeit, kostet zu viel Zeit, verrückt. Ich würde niemals das Schreiben aus der Hand geben, weil das für mich ein meditativer Prozess ist, den ich liebe. Ich bin total lebendig beim Schreiben. Für andere Leute ist es der komplette Horror. So, ich gebe aber gerne Kundengespräche ab. Ich gebe gerne E-Mails ab. Sex würde ich auch nie abgeben. Ich musste das jetzt tun. Tut mir leid, das muss ich jetzt raus. Es ist völlig in Ordnung. Wenn du es so privat möchtest, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber pass auf, nee, pass auf. Schlechten Sex, ja. Auch schlechter Sex ist besser als kein Sex. Aber pass auf, warte mal. Peggy, wir lassen es aber drin, da bin ich rausgeschnitten. Peggy, Peggy, es gibt Menschen, die sind asexuell. Und wenn Menschen asexuell sind... Was heißt asexuell? Dass die einen geringen sexuellen Trieb haben oder keinen sexuellen Trieb. Das habe ich auch immer, wenn ich den falschen Partner habe. Das falsche Ziel meinst du, das falsche Ziel hast du. Und dann ist es auch völlig okay, wenn du sagst, okay, ich will mit dem gerade und mit der gerade keinen Sex haben. Oder ich will gerade keinen Sex haben, weißt du? Und auch dann wiederum ist die Frage, ja gut, dann legiere ich den Sex halt an einen Klon. Und guck zu, dann komme ich in die nächste Ebene, dann komme ich wirklich in die Bewusstheit. Na, das ist ja jetzt auch geil. Das ist ja eine völlig neue Perspektive. Aber nochmal zu diesem Klon-Gedanke, der ist eigentlich so simpel. Stell dir mal vor, das Leben ist voll mit Pflichten. Ja, was soll ich denn machen? Ich muss den Brot für das Kind schmieren. Ich muss den Hund zum Tierarzt bringen. Ich muss im Job die und die und die Projekte machen. Da sind wir so beschäftigt. Und jetzt stell dir mal vor, es gäbe diese Klone von dir. Was würdest du einem Klon delegieren? Da sagen viele sofort, das will ich nicht mehr machen. Das will ich nicht mehr machen. Und was würdest du stattdessen machen? Was ist deine Leidenschaft? Was erfüllt dich so richtig tief? Ja, dann mach genau das. So, und dann sagen viele, was? Ja, aber das machen halt glückliche Menschen. Oder Menschen, die bei sich sind. Oder die diesen inneren Kompass richtig justiert haben. Und die gehen halt so durchs Leben. Aber dafür muss man mal Nein sagen. Oder mal Konventionen brechen. Oder mal Dinge anders machen als andere. Okay, dann apropos Konventionen brechen. Wenn wir schon beim psychischen Zusammenbruch sind, gehen wir doch zu den Psychedelics. Psychedelics? Wie nennt man das aus? Das ist nämlich auch ein Kapitel. Und da müssen wir noch hin, bevor wir das verpassen. Dann lass mich da kurz hängen. Weil der nächste Gedanke ist, wenn du Dinge tust, damit es dir gut geht. Dann stellt sich häufig die Frage, warum tust du Dinge nicht, obwohl sie dir gut tun? Und dann sind wir wieder bei diesen Schattenseiten. Also, was haben wir? Es gibt ja Gäste, die du nicht loswirst. Genau. Gäste, die finde ich. Eine Depression, ein Trauma, eine Sucht. So ganz vieles, wo du merkst, oh Mist. Das beschäftigt mich. Oder ich fliehe vor irgendeiner dunklen Seite, irgendeinem inneren Dämon. Aber du musst doch so und so. Also, das ist das nächste Kapitel. Wir gehen da recht tief rein, um da einmal aufzuräumen. Okay, komm, welche Klöps hast du denn noch im Keller? Und jetzt wird es interessant, weil das kennen, glaube ich, viele, wenn dich da irgendwas zurückhält. Also, du willst einen 100-Meter-Lauf machen, dann zieh die Skischuhe aus. Was hält dich zurück? Und das sind ganz häufig Dinge, die wir nicht sehen, die wir nicht bemerken. Also, ich fühle, ich bin bei 70, 80 Prozent. Aber irgendwas, irgendwas, bin noch nicht so ganz frei, wie ich haben möchte. Ja, was ist es denn? Und jetzt wird es ziemlich spannend, weil psychedelische Erlebensweisen rücken näher. Ich merke schon, wir rücken irgendwie. Komm, erzähl mal. Komm, wir näher. Das will ich jetzt wissen. Dein Klon, welcher Klon bist du gerade? Naja, welcher Klon will die Droge nicht aus der Hand geben? Nee, nicht, pass auf. Geh mal noch anders über die Drogen. Weil jetzt kann ich sagen, okay, alles klar, wie finde ich mich selbst? Ich kann das durch Achtsamkeit machen. Durch Meditation, durch Yoga. Das ist total sinnvoll. Trug ist ja das falsche Wort. Bewusstseins erweiternde. Bewusstseins erweiternde Übungen, wie auch immer. Nennen wir es Übungen. Ja, also dein Leben ist scheiße stressig. Mach mal eine Pause, chill mal und komm mal mit irgendeinem Ritual zu dir. Damit wir das Thema Sucht noch einmal kurz ansprechen, um es dann loszulassen, um in die Ebene zu gehen, wo wir eigentlich hinwollen oder wo ich gerne hinwollen würde. Sucht ist doch eigentlich auch nur eine Kompensation, oder? Kannst du das so sehen. Also Sucht kann man sehen als Kompensationsmechanismus. Sucht kann man aber auch ganz einfach als eine Kettenreaktion von irgendwelchen biologischen Kramen machen. Weißt du, ein Raucher. Ja, Nikotinpegel hoch, runter, hoch, runter. 20 Mal am Tag Kettenreaktion. Das sind auch Gehirnstrukturen. Ja, du hast so, sobald du, sobald du, sobald der Pegel singt, kommt in dir die Stimme, die sagt, wird mal wieder Zeit, rauch eine. Steigst aus aus der Kettenreaktion, geht. So verknüpfst du mit Situationen, kippe zum Kaffee, kippe auf dem Klo, kippe nach dem Sex, kippe beim Nachdenken oder im Auto und plötzlich bist du drin. Da bringt es nichts, Menschen zu sagen, oh, du kompensierst irgendwas. Sondern du bist halt im Suchtmechanismus. Aber sie fühlen sich trotzdem, es ist ja irgendwie ein Ausgleich, sind ja auch in der Harmonie dadurch oder glauben, dass sie in der Harmonie sind. Ja, sie sind aber eigentlich in der Dysbalance, weil sie halt ständig diesem Ding hinterherlaufen. Also Süchte sollten wir auch loslassen. Da haben wir auch eine Anleitung im Buch. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Putzt du dir regelmäßig die Zähne? Ja. Ist gut? Fühlt sich gut an? Ja. Ist auch eine Sucht. Also streng genommen auf der Verhaltensebene, was ich mehrmals mache oder wiederhole, wo der Körper sagt, wird Zeit, komm mal wieder Haare, waschen, mal wieder Nägel schneiden. Ist auch so eine Art Sucht. Du hast diesen tollen Satz, der war auch klasse. Wir sind nicht süchtig, weil wir... Wir sind nicht schwach, weil wir süchtig sind. Wir sind nicht süchtig, weil wir schwach sind, sondern wir sind schwach, weil wir süchtig sind. Da musste ich auch zweimal drüber nachdenken. Der war sehr tief, der ging sehr tief. Ja klar, weil in dem Moment, wo ich mein Leben nach einer Sucht ausrichte, weil ich es unbedingt brauche, auch werde ich natürlich unbedingt von diesem Verhalten abhängig machen. Also ich brauche diesen einen Menschen oder ich brauche diese eine Tätigkeit. So, dann werde ich alles ausrichten, um das zu kriegen, weil ich mich allein fühle oder meinen Schuss brauche oder... So. Und dann fühle ich mich schwach. Aber das kennen wir doch alle. Wenn wir mal was loslassen, was uns die ganze Zeit tierisch beschäftigt, ich denke mir, oh mein Gott, was habe ich denn dafür einen Scheiß gemacht? Oh, jetzt ist es gut. Und das heißt, du bist keine schwache Persönlichkeit. Das ist auch bei vielen Suchtthemen oder in Suchttherapien, wie ich finde, ein völlig falscher Ansatz, Menschen einzureden, dass sie eine Störung hätten oder irgendwie komisch wären. Nee, sie haben ein Verhalten, was ihnen schadet für eine gewisse Zeit. Lass das Verhalten los. Die Seele dahinter, der Mensch, du bist intakt, du bist gesund. Das ist eine andere innere Haltung. Und dann sagen Menschen, was, ich habe gar keine Macke. Nee, hast keine Macke. Bist halt gerade auf einem interessanten Erfahrungsweg. Trip. Lass das mal los. Geh mal zurück. Aber wenn wir schon auf dem Trip sind, lass das mal los. Es gibt ja auch, also ich würde jetzt gerne mal so nochmal daran appellieren, dass du ja Arzt bist und dich schon recht früh mit sehr vielen Dingen beschäftigt hast, die erforscht hast, nicht nur an dir. Also du bist jemand, der viel sammelt, auch an sich selbst ausprobiert. Aber eben auch, ja, es gibt ein Themenfelder, wo du sagst, nö, da gucken wir jetzt mal hin. Und Psychedelics ist ein Thema in dem Buch. Und auch, wie diese Forschung jetzt sich neu entwickelt, weil ja viele, und das wissen gerade im Bewusstseinsbereich viele Menschen, die jetzt Ayahuasca nehmen, Pilze, ja, was es alles gibt, um eben in bestimmte und schneller in Zustände zu kommen, wo sie was über sich erkennen. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Also welcher war der Schlüssel, dass du dich überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt hast? Also zunächst mal eine total liebe Freundin von mir hat mir erzählt, wie sie auf einem DMT-Trip, also DMT ist so eine sehr starke psychedelische Droge, ein Riesenthema für sich hat lösen können. Und ich habe ja vorher gesagt, oh, ist gefährlich, Drogen, lass das lieber sein. Also ich komme so aus dieser psychiatrischen Ecke, weil ich weiß, wie das ist, wenn Menschen hängenbleiben und dann landen die auf der Psychostation und, oh mein Gott, will man nicht haben. Also ich hatte mal eine sehr, sehr interessante Nacht in einer internistischen Notaufnahme mit einer Gruppe von fünf Jugendlichen, die auf Pilzen unterwegs waren. Junge, Junge, das war lustig. Also in Anführungszeichen. So, deswegen habe ich eigentlich erst mal gedacht, ah, Drogen und sowas, Finger weg. Diese Erfahrung oder diese Erzählung hat mich aber neugierig gemacht und ich merkte auch bei mir, okay, da gibt es so ein paar Bereiche, da bin auch ich bei diesen 80 Prozent und nicht bei den 100. Wo geht es noch weiter? Und dann fing ich an zu recherchieren und merkte zum Beispiel in Onlineberichten, wie Leute über MDMA, das ist die Substanz von Ecstasy oder über Psilocybin, dass die von richtigen neuen Erkenntnissen über sich selber berichten und von unheimlich tiefen Erweiterungen und LSD und so weiter oder Ayahuasca. Meine Ex-Frau kam einmal zu mir und sagte, hey, ich war auf dem Ayahuasca-Trip übrigens, ich habe jetzt unsere Beziehung verarbeitet. Ich dachte, was hast du gemacht? Okay. Mit zwei Tagen. All right. Mit Kotzen. Aber dann mit so einer Liebe, so anweist du, und da ist einfach alles gut. Okay, all right. Cool. Cool, ja. Und also habe gelernt, es ist offensichtlich für die, die es richtig machen, im richtigen Set und Setting, nicht abhängigkeitserzeugend. Die machen das nicht immer wieder. Und es ist nicht so wie bei Crack oder Kokain, dass du dich putschen willst oder bei Heroin, dass du dich wegknallst, sondern dass es offensichtlich irgendwas Gutes machen kann. Und dann merkte ich durchs Recherchieren, dass es offensichtlich eine völlig unterschätzte Gruppe von Substanzen ist, die seit einem halben Jahrhundert politisch nicht gewollt sind. Die Geschichte geht, also wir hatten schon in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten wir Psychedelika-Forschung, gibt es immer noch diese Forschung oder wieder fängt sie an, die sagt, dass man damit Depressionen heilen kann, süchtelos werden kann, Zwangserkrankungen, also dass man sehr viel innere Ausrichtung betreibt. Und das konnte ich alles nicht glauben. Also ich bin Mediziner, ich habe Menschen Antidepressiva verschrieben oder Antipsychotika. Sollte eine rote Pille kommen? Es kommt eine rote Pille oder Psychotherapie, oh ganz schwierig, brauchst du viele, viele Monate. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Ich merkte, okay, ich will das jetzt selber machen. Und bin mal auf so eine Reise gegangen, bin verreist, habe mir einen Coach gesucht und bin mit dem auf eine MDMA-Reise. Und das war ein wunderbares Setting, sehr schön strukturiert, sehr liebevoll, sehr vorbereitet mit dem Wunsch, Stefan, du willst dich jetzt, die wunden Knotensüchte, du willst dich jetzt den Themen stellen, von denen du vermutest, dass da irgendwas noch dahinter ist, was du noch nicht siehst. Und jetzt war das total krass. Es waren wunderschöne Stunden. Ich erlebte den zweitschönsten Tag meines Lebens nach der Geburt meines Sohnes und merkte, krass, das Gehirn funktioniert völlig anders. Das muss ich auch kurz erklären. Also ich habe vorhin gesagt, Gehirn ist so eine selbstverfestigende Maschine. Wir müssen Vorhersagen treffen. Hier ist ein Glas, da ist der Ausgang und so. Können wir jetzt blind zu Hause, wir wissen, wo die Kaffeetasse steht. Und das Gehirn will dann nicht mehr drüber nachdenken. Bis so 35, Alter von 35, ist das Gehirn sehr, sehr plastisch. Viele haben danach dann ihr Lebenssetting gefunden und verändern nicht mehr was Großes. Und dann sind wir starr. Wir sind aber auch starr in unseren Annahmen über die Welt. Das ist eine Wank, das ist ein Fernseher, das ist die Peggy. So, pass auf. Und jetzt nimmst du plötzlich Psychedelika und Dinge können sich völlig anders verbinden. Also du siehst, boah, der Fernseher ist so, wie wenn das plastisch 3D. Die Wand gibt es ja gar nicht und das bewegt sich hier. Und die Peggy ist eine Seele, mit der ich mich verbunden fühle. Die Peggy ist... Und jetzt passieren die verrücktesten Dinge. Und jetzt zurück zu diesem MDMA-Trip. MDMA ist kein Psychedelikum im engeren Sinne. Das kann ich mal anders nochmal... Steht im Buch. Steht im Buch. Steht im Buch. Steht im Buch. So. Aber ich merkte auf einmal, dass was total Verrücktes passiert. Ich bin mit diesem Wunsch rein, so, okay, das Thema guckst an, das, das, das. Und mein Gehirn, wie wenn das so ein innerer Reparateur wäre, so ein innerer Mechaniker, so ein innerer Heiler. Okay, da ist das und das passiert, da und da, der und der, hat das und das gemacht, so und so erlebt, so und so, so. Und da bin ich in Themen rein, da, oh, krass, andere Perspektive, Knoten, gelöst, Haken, oh, geil. Nächster Knoten, gelöst, Haken, oh, geil. Nächstes Thema, nächstes Thema. Und vor allem, was auch krass war, diese ganzen Empfindungen dabei. Oh, da habe ich mich aufgeregt. Oh, sauer. Oh, das war geil. Weißt du, so, plötzlich, der Körper, bei mir war das so, übernimmt auf einmal Funktionen, dass du Emotionen nochmal neu oder nacherlebst. Und danach passiert genau das, wie bei Kindern. Das Kind ist traurig und weint. Und danach ist gut. Das Kind ist sauer, kriegt einen Wutanfall. Danach ist gut. So, und jetzt ist es, das ist ein zutiefst heilender, sehr, sehr schneller Prozess. Und ich bin aus diesem Tag raus und dachte, alter Schwede, du hast gerade das Gefühl gehabt, innerhalb von wenigen Stunden fünf Jahre Psychotherapie zu machen, auf dem innersten, authentischsten Level. Was machen denn diese ganzen Psychotherapeuten und Psychiater dann die ganze Zeit? Was machst du denn die ganze Zeit mit deinem Coaching und deinen komplizierten Modellen und rot, grün, blau, gelb und finde deine Klone und sowas? Das geht doch viel einfacher. Nimm die Menschen auf so eine Reise mit, in einem richtigen Umfeld und... Machst du so eine geführte Reise? Mache ich, mache ich. Und die merken, legal, alles legal, alles legal. Und die merken auf einmal, ja, das ist mein Thema. Knoten gelöst, innere Richtungen, Kompass ausgerichtet, zack, gib ihm. So, so einfach ist es. Und das ist etwas, was mich seitdem total fasziniert. Und wir haben, und wir haben eine... Pass auf, Piggy, wir haben mit... Warum lassen Sie das? Ich habe gerade eine Vision. Wenn Menschen Visionen haben, dann werden wir machen, muss man immer auffassen. Stell dir mal vor, wir machen eine Sendung. Also, was wir da alles so wahrnehmen. Ja, oh ja, oh, das wäre toll. Das wäre mal eine Comedy. Nee, das wäre... Comedy wäre das auch, aber das wäre richtig, das wäre richtig geil. Du, ich habe das auch gemacht. Also, ich habe auch während Reisen mein Handy mitlaufen lassen. Videomodus. Wie lange dauert denn so eine Reise? Je nachdem, was du nimmst. Das können viele Stunden sein, ja? Und dann siehst du... Gibt es auch welche, die nicht zurückkommen? Die gibt es. Nicht zurückkommen ist falsch. Pass auf. Also, das muss ich differenzieren. Es gibt Menschen, die Flashbacks haben hinterher oder hängen bleiben oder diese Erfahrung als traumatisch empfinden. Also, ich muss warnen an der Stelle davor, wenn du nicht richtig darauf vorbereitet bist, dass du plötzlich... Angenommen, du bist der Mensch, der ganz viel Struktur braucht für deine Sicherheit. Absolute Kontrollverlust. Kommt, du bist jemand, der, der... Aber ich bin doch jetzt Anwalt. Oder ich bin doch jetzt Mutter. Oder ich... Du darfst das nicht. Du darfst das nicht. So, je stärker du dich über diese Rollen definierst, desto überraschter bist du natürlich, wenn du so einen Tritt machst und dann merkst du, hör mal, ich bin Ärztin. Und ich habe die Dinge im Griff. Ja, Moment, was? Wenn du sie plötzlich nicht... Ja, ich habe einen Tag so und so viele Patienten, ich bin erfolgreich. Was, wenn dir dieses Steuer mal kurz weggerissen wird? Du siehst plötzlich, Schleier lüften sich, neue Schichten der Realität kommen dazu und dann bist du vielleicht nur ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen und willst halt Spiel, willst halt groß sein und das machst du jetzt seit 40 Jahren. Oh, was für eine Verletzung steckt denn dahinter? Hm, komm, guck da mal hin. Aber was ich jetzt sehr spannend finde, du hast einmal kurz erwähnt, auch Fluchen... Vorsicht, ich muss noch sagen, das klingt jetzt gerade ein bisschen... Oh, was steckt denn da? Das klingt jetzt ein bisschen despektierend. Nee, 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 das haben wir schon verstanden. Es ist liebevoll gemeint. Und dann merkst du auf einmal, Wahnsinn. Oder aber, was ist die Welt? Guck mal, ihr seid hier mit so vielen sehr unterschiedlichen Menschen im Gespräch. Gibt es Engel? Gibt es keine Engel? Keine Ahnung. Wer will mir das denn sagen? Gibt es Seelen? Gibt es eine Welt hinter der Welt? Gibt es Gott? Gibt es keinen Gott? Weiß kein Mensch. Aber pass auf. Wenn du es erlebst, dass es verschiedene Wahrnehmungsdimensionen sozusagen gibt, weil dein Gehirn plötzlich anders wahrnimmt, du Töne schmeckst oder Klänge riechst oder sich feste Gegenstände bewegen. Oder ein Baum hin und her schwankt und die Blätter mit dir sprechen. Dann verstehst du, okay, so kommt eine Naturmedizin zustande. Der Baum hat eine Seele, könnte sie haben, weiß ich nicht. Du bekommst also ganz andere Einsichten und häufig so viele krasse Abkürzungen fürs Leben, weil du ganz vieles einfach nehmen kannst, wie es kommt, stehen lassen kannst. Dann bin ich ja Dauer-Stoned, weil ich habe das auch ohne Pille. Ich glaube da sowieso, dass du Dauer-Stoned bist. Ja, weil ich habe oft diese Wahrnehmungen, die dann auch wirklich in solche Grenzbereiche gehen. Also wo alles sich auflöst beim Joggen, hatte ich das schon. Da war ich der Ast, der Vogel und ich konnte fühlen, wie der sich ab... Ich war alles. Also ich hatte schon solche Erfahrungen, ohne irgendwas zu nehmen. Das ist wunderbar. Und das ist eigentlich dasselbe. Im Prinzip ist das dasselbe. Und das ist auch total wünschenswert. Dafür muss man aber joggen, mal in den Wald gehen und die Fresse halten und den Ast wahrnehmen, anstatt zu sagen, okay, im nächsten Meeting muss ich noch das und die Kinder und hier habe ich noch ein Scheidungsding. Ich bin über Laub gelaufen, das weiß ich noch ganz genau. Und auf einmal gucke ich auf meine Hände, da war wie ein gelber Film, so richtige Strahlen kamen raus und die Blätter funkelten. Die waren wie nicht 3D. Die waren irgendwie, ich kann das nicht erklären, es war ein Raum. Wie Diamanten, auf denen ich lief. Und plötzlich dachte ich, Moment, und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Und da war ich drin, vielleicht nur 3 Sekunden oder eine Minute, fühlte sich an wie ewig. Und das war toll. Und jetzt stell dir vor, du kannst das durch deine Wahrnehmung bewusst steuern. Und wir machen unser Leben lang nichts anderes. Weißt du, wir sind gerade in Bewegung. Wenn ich jetzt sage, Peggy, pass mal auf, du sitzt jetzt schon seit einer Dreiviertelstunde im Gespräch mit mir auf deinem Popo. Spür mal, wie der Sessel gegen den Sitzknochen drückt. Das merke ich die ganze Zeit. Mein Bein ist eingeschlafen, weil ich die Sitzschuhe anhabe. Und jetzt stell dir mal vor, wie das Blut rausgeht, wie du einen Dekubitus am Arsch entwickelst und so, verstehst du? Und das machen Menschen die ganze Zeit. Das, was wir beachten, das machen wir groß. Und jetzt stell dir mal vor, du kannst da draußen sowas wie Glück und Zufriedenheit und innere Mitte und so weiter bekommen, indem du Dinge beachtest, die du beachten willst und solltest. Und das kannst du jetzt 20 Jahre lang mit Meditation üben. Oder aber du machst eine Reise und bist sofort da, wo du sagst, ach, davon sprechen die die ganze Zeit. Jetzt habe ich es endlich begriffen. Und dann hast du zumindest so einen Zielzustand, wo du sagst, okay, jetzt weiß ich, was die meinen mit, wir sind alle eins. Ja, bitte. Ist das der Schlusssatz, oder wollen wir noch? Wir können weitermachen. Ich fand das gerade so geil, wir sind alle eins. Ich würde dazu, darf ich dazu was sagen? Ja, bitte. Ja, weil du merkst, du sortierst gerade noch deine Gedanken. Nee, ich versuche was zu sortieren. Ob ich noch eine offene Frage habe oder ob das jetzt in eine Richtung geht, wo wir das schließen, fühl du mal rein als Moderator. Dann lass mich bitte einen Gedanken noch bringen. Wenn ich sage, wir sind alle eins. Weißt du, das klingt wie so ein theoretisches Konstrukt. Oh, wir gehören zusammen und sowas. In dem Moment, wo man es einmal gespürt hat, ist es keine Theorie mehr, sondern es ist echt. Es gibt nichts anderes. Und jetzt ist etwas, und das wollten wir unbedingt noch machen, kurz bei psychedelischen Erfahrungen löst sich das Ego auf. Das Ego, da gibt es eine Gehirnstruktur oder Gehirnstrukturen, die heißen Default Mode Network. Das hat man auch erst Anfang der 2000er Jahre festgestellt. Die sagen, dass die Peggy ist ja Stefan. Und die Peggy grübelt oder hat ein Problem oder der Stefan. Und immer, wenn wir eng sind in unserem Ego, geht es uns ganz oft scheiße. Und dann bist du mit anderen Menschen zusammen oder beschäftigt dich mit dir mit einer Aufgabe. Also du bist nicht mehr da. Wir schreiben zum Beispiel, dann sind wir nicht da. Wir wandern und werden zum Ast oder so. Dann sind wir nicht da. Wir spielen mit den Kindern, dann sind wir nicht da. Dann geht es uns gut. Dieses Ego auflösen, das zu erleben, ist mit das schönste Gefühl auf der Welt. Weil wir dann merken, es geht gar nicht um uns. Sondern wir sind nur ein Teil von etwas Größerem. Und dieses Größere möchte ich, und das wäre vielleicht ein schöner Schlussgedanke. Dieses Größere, das kannst du so beschreiben. Schöne Beschreibung. Die Peggy ist wie ein Luftballon. Der Luftballon ist gefüllt mit Wasser. Das Wasser mit dem Luftballon ist die Peggy. Und jetzt nimmst du diesen Luftballon und tust es ins Meer. Und da gibt es ganz viel Wasser und ganz viele Luftballons. Und die Peggy ist immer die Peggy. Und die anderen Luftballons sind das andere Wasser, das andere Wasser. In dem Moment, wo sich aber die Hülle des Luftballons auflöst, ist die Peggy immer noch die Peggy. Und gleichzeitig ist die Peggy alles. Und alles ist die Peggy. Und das kann ich nicht beschreiben, in Worte fassen. Das ist das, was so eine Ego-Auflösung macht. Und das ist etwas, was man erleben muss. Und wenn dann die Luftballonhülle wieder kommt, dann sagst du, boah Leute, ist doch alles gut. Gut, dass jeder so ist, wie er ist. Wir spielen hier alle nur so eine Art Spiel. Und dann kannst du dich eins fühlen mit Natur, mit Menschen, mit Bäumen, mit Tieren, mit was weiß ich. Auch der eine oder andere, der dir richtig auf den Sack geht. Sagst du, okay, das ist auch ein Tröpfchen im Ozean. Das ist auch nur ein Luftballon, der gerade für sich das beste Spiel spielt. Oder das ist auch nur jemand, der halt irgendwie seinen Luftballon zusammenhalten muss. Alles ist gut, bleibt bei dir. Also eins weiß ich. Also dieses Gespräch hätte ich keinem Klon gegeben. Nichts auf der Welt. Und um dich noch mal zu zitieren, damit ich auch noch was Kluges sage. Aber es ist ja von dir. Also wir sollen endlich loslegen, unseren Weg gehen. Wir sollen jetzt anfangen. Denn das hier, das hier ist nicht die Generalprobe. Das ist die verdammte Show. Welt im Wandel. Danke fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Sehen wir uns vielleicht auch in Würzburg auf dem Kongress in diesem Jahr. Wird geil. Dankeschön. Zwei Bücher. Doppelt hält besser. Richtig. Gibt es auch aus Hörbuch. Tschüss. Ihr Lieben, wie ihr wisst, am 14. und 15. Oktober findet der Nächste Welt im Wandel Kongress statt. Und einer unserer Gäste sitzt gerade neben mir. Und wir hatten ein wunderschönes Interview, wo wir die Rollen getauscht haben. Und wo wir wirklich mehr als im Flow waren. Und diese Energie möchten wir euch jetzt schon mal schicken, damit ihr euch berufen fühlt, zu kommen. Was erwartet uns denn, Stefan? Wir werden über die Kraft der inneren Ausrichtung sprechen. Wir werden herausfinden, wie du deinen inneren Ziele, Kompass, so justierst, dass du glücklich, zufrieden, erfolgreich und erfüllt durchs Leben flowst. Und wir werden über die vier Ebenen der Wahrheit sprechen. Über die Welt, über dein Ich, über die Essenz und über das Universum. Und wo Worte enden, sind nur noch Gefühle. Und ihr dürft euch freuen, denn es sind noch einige tolle, spannende Gäste mit dabei. Tschüss und bis dahin. Alles Liebe. Tschüss und bis dahin. Tschüss. Vielen Dank.